So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Round The Land. Heute habe ich was Besonderes mit euch vor. Erstmal zeige ich euch mal kurz hier diesen... Werden Sie eine Datei-Bildschirm, weil er sich mittlerweile um einiges verändert hat. Wir sind ja schon fünfeinhalb Stunden dran. Okay, kann sein, ich habe das auch mal offen gelassen, bevor ich weiter aufgenommen habe, weil das kann ja sonst einfach auch nicht sein. Ja, das Besondere, was ich machen will, ich meine, ich weiß nicht, ob euch das freut oder ärgert, aber wir gehen jetzt noch nicht hier nach Alabasta. Ja, das nächste wäre das Barockworks-Casino, aber da wollen wir noch nicht hin. Natürlich wollen wir sobald wie möglich Robin dabei haben und die Crew vollständig haben, aber ich muss oder will auch noch mal in die alten Maps kurz rein, denn Buggies Adventure haben wir komplett abgeschlossen mit den Schatztruhen, aber Blacks haben wir nicht, weil da fehlt uns ziemlich sicher eins, das nur Chopper holen kann. Und dann will ich in dieser Session zusätzlich dazu auch noch mal in Arlongs Level, weil da gibt es ein Level, wo ich viermal durchrennen muss und je früher ich damit anfange, desto weniger langweilig wird es, wenn ich das immer und immer wieder wiederholen muss. Deswegen starten wir jetzt in dieses Level und folgendes ist der Plan, den ich mitnehme. Natürlich Chopper, den nehmen wir gleich mal als ersten, damit er gleich seine Fähigkeit freischält und wir ihn ausprobieren können. Und dann, wir kennen ja jetzt Lysop genug, wir kennen Nami genug, beim Bein bin ich kein allzu großer Fan. Und bei Sanji haben wir das Problem, dass er dauernd seine Dinger ausgibt und wir jetzt erstmal eine Weile Chopper spielen. Das heißt, Sanji wird, wenn dann in eins, in, in dem vierten Level drankommen und da ein bisschen farmen können. Und Chopper brauchen wir im ersten und im zweiten Level jetzt. Und im dritten ist ein Bossfighter, im fünften auch, also bleibt nur das vierte zum Farmen. Deswegen nehmen wir die beiden, die uns als Unterstützung am meisten nützen. Also wenn man runterfällt, sind sie da und wenn man draufgehen würde, sind sie da. Demzufolge nehmen wir die zwei auf jeden Fall mit. Dann können die sich einmischen, wenn was passiert. Ich weiß auch nicht, ob Chopper das übersteht mit seinem wenigen Leben, der muss ja jetzt erstmal ein bisschen farmen. Und jetzt kommt wieder dieses Level. Ich hoffe, also wir rushen jetzt hier einfach durch, wir müssen nicht auf die Schatzruhen achten. Ich hoffe, es funktioniert wie bei Buggy, wo wir relativ schnell gewesen sind. Aber ich kann mir auch gut vorstehen, oh Gott, vor allem wenn das hier passiert, oh mein Gott, dass es eine Weile dauert. Okay, wir haben, oh oh. Ich wollte gucken, ob man eine Sprintattacke hat. Und die Antwort ist ja. So, ähm, in der Normalform ist er also nur der kleine Chopper. Wahrscheinlich müssen wir erst... Nix da, ich bin zu klein für deinen Move. Aber ich lasse ihn mal kurz aufstehen. Er hat gar keinen Finishing-Move. Er kriegt ja auch nichts außer Münzen, ne? Oh, äh. Ich muss ja eigentlich einsammeln, aber es ist eh nur Kopfer Münze! Oh, das war knapp. Ja, machen wir es mal so. Eigentlich müssen wir die gar nicht alle killen, ne? Das wird einfach nur sau viel Zeit kosten. Okay, aber der gibt eine Goldmünze. Also die geben wenigstens ein paar Münzen damit Chopper ein bisschen schneller auflevelt, bis er seine Spezialfähigkeit einrichten kann. Ähm, aber Chopper kann bis jetzt nichts anderes machen als klein sein. Ah, ich weiß nicht, ob sich das mit Chopper lohnt. Ich glaube, mit Ruffy wäre es Durchwaschen ein bisschen besser, dann nehmen wir Chopper im zweiten Level. Aber dadurch stellt er jetzt schon mal die Fähigkeit frei, weil er schon mal dran war. Ja, genau, Ruffy. Du übernimmst. Für die, die zum ersten Mal einschalten, ich spreche die Sachen nicht mit. Ich lasse euch einfach durchlesen. Aber wir kennen das alles schon von den letzten Sessions, was wir hier sagen. Ich denke, mit Ruffy kommen wir schnell durch wegen seiner Sprintattacke und seinen Springen. Aber Chopper ist halt auch nützlich. Warte mal, wir können hier oben drüber. Wir müssen ja nichts einsammeln. Okay, vielleicht sollten wir wenigstens die Münzen da holen. Die sind vielleicht nützlich. Aber wir werden jetzt den meisten Gegnern einfach ausweichen. Gut, wir haben jetzt ein bisschen mit Chopper gefarmt, damit der auch ein bisschen vorankommt. Ach stimmt, ich sollte vielleicht auch noch Fleisch farmen. Okay, wo ist der eine hin? Der ist vielleicht nützlich was? Oh, ne, da ist er. Ah, verdammt, das wollte ich vermeiden. Gut, dass wir Sanji nicht dabei haben. Der wird mich jetzt schon wieder heilen. Aber vielleicht kommen wir hier... Wir wollen ja eigentlich durchwaschen. Vielleicht kommen wir mit Ruffy ein bisschen besser durch. Und der muss auch ein bisschen Spezialfähigkeiten farmen. Das war dumm. Das war nicht wie geplant. Ich hafte irgendwie, das wird anders ablaufen. Aber gut. Ähm. Scheiß auf die Münzen. Oh. Ähm. Ja, wir fahren mal ein bisschen sein Fleisch hoch und springen ins Wasser. Ähm. So. Suboptimal. Ah, das ist halt wegen dem Gelege auch so... Weg da. Nein, meine Münzen. Das ist halt wegen dem Gelege so... Ah, nervig und störend. Da fällt man halt schon ab und zu mal runter. Oh, oh. So, nix ist. Jetzt habe ich die Münze oben halt verloren. Jetzt stirbt endlich, gib mir das Fleisch. So, okay, jetzt haben wir wieder acht. Das war halt jetzt ungeschickt, weil es so geleckt hat. Gott, ob wir hier überhaupt in diesem Part komplett durchkommen, ist die Frage. Na, da oben ist noch einer. Kann ich nach oben schlagen? Ne, das ist der weiteste Schlag. Okay, ja, also von oben leckst ein bisschen weniger, aber es ist einfach schlimm, weil... Hallo, was ist denn da? Ach so. Ach, Gott, alter. Das war klar, das war mir klar, dass der bis dahin wieder zuschlägt oder rumwirbelt. Ja, lag, berück dich. Also, es muss einfach im Hintergrund irgendwas rendern. Ich dachte, dieses Level ist grausam, ich hoffe... Oh. Ja, der fällt runter. Oh, ne, nicht mal. Oh, ne. Okay. Schade. Alter, beruhig dich! Meine Fresse. Das hat er mir halt gar nichts gegeben. Au. Ich brauche mal langsam Heilung hier. Stirb. Kombo. Okay, das war's mit dem. Ja, wir kommen trotzdem ein bisschen hoch mit den... Auch keine Heilung. Okay. Ich denke, das ist Heilung. Und? Immer noch nicht tot. Ist aber hartnäckig. So. Jetzt kommen... Ja, wir kommen ein bisschen hoch mit den Punkten hier. Ah, okay, da ist die Heilung sehr gut und weiter geht's. Oh, oh. Oh, 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 oh. Au. Ja, beruhigt euch. Ich sollte keine von den weißen Dingern ausgeben. Die brauche ich alle für den Boss-Fight wahrscheinlich. Aber, weil diesmal werde ich den mit Ruffy machen. Anstatt wieder das mal mit Zorro. Weil den brauche ich vielleicht als Gehilfe in dem... Alter, der nervt! Ah, ich hasse die Typen mit ihren Scheiß-Exten überm Kopf. Da ist Chopper halt praktisch. Allgemein, Chopper wird ziemlich viele Auftritte haben, weil es gibt einige Level, wo nur er durchkommt. Und ich hoffe, wir finden hier auch recht schnell dann diese Holz-Schatz-Truhe, weil das Level ist ja übel verschachtelt, in dem die ist. Ja, scheiß auf die Grünen jetzt mal. Ach, Mist. Zu spät. Hallo, bleib liegen. Gib mir das Ding an da. Brauch die. Es kann sein, dass Zorro hier bald übernehmen muss, wenn ich so weitermache. Ja, der gibt, glaube ich, nur ein kleines, weil er selber nur klein ist und deswegen nur wenig Leben hat. Und... Fickt euch! Okay, beide hinüber. Ah, obenrum. Nix da, okay. Oh, verdammt. Immer diese Axtputzis. Ich hoffe, Ruffy wird noch irgendwie ein bisschen geheilt, weil sonst muss ich im Bossfight non-stop, äh, im Mini-Bossfight non-stop das Ding einsetzen. Am wenigsten macht das Ding richtig Schaden, der Move. Okay, jetzt sind wir so gut wie fertig. Es hört auf zu laggen, Gott sei Dank. Ähm. Eins, zwei, drei. Okay. Äh. Ah, Chopper! Du hast mich doch erschreckt. Danke. Ja, gerne. Gerne benutze ich das. Aber... Ich wollte noch gucken, dass die nicht aufstehen. Oh, shit. Genau deswegen. Okay. Also, okay, ein bisschen Heilung hat's gegeben, aber von Ruffy ist nicht mehr viel übrig. Jetzt darf Chopper übernehmen. Oh, nice. Ah, fuck dich doch. Ah, jetzt hab ich das nicht mal einsammeln dürfen. Na gut. Okay, das wär das erste Level. Ich mach hier gleich kurz einen Cut, bevor wir ins zweite gehen. Und, ähm, ja. Aber erst kriegen wir das hier. Oh Gott, Ruffy braucht dringend Teilung. Ich hoffe, die Truhe teilt ihm wenigstens ein bisschen die Chopper. Nachher bringt Chopper, sieht man auf seinem Bild nicht mal. Sehr gut. Okay, Ruffy. Wer hat das? Gut. Also, bevor wir weitermachen, ganz kurzer Cut. Okay, weiter geht's. Ah, diesmal kommt gleich Chopper dran. Aber er hat seine Fähigkeit nicht bekommen. Fuck. Wieso nicht? Soweit ich weiß, muss er nur einen Teil des Spiels mitmachen und dann kriegt er die eigentlich. Na gut, dann kriegt Chopper sie jetzt, weil er das jetzt ganze Level durchmacht. Wenn's sein muss, bis er stirbt. Oder vielleicht muss niemand dabei sein. Oder er muss ein bestimmtes Punkt, ein bestimmtes Kopfgeld erreichen, damit er das freistellt. Das kann auch sein. Und er hat leider nur 47.000. Oh Gott, kommt der da hoch? Ja doch, ich glaub grad so. Oh ja, kennen wir schon, kennen wir schon. Überspringen wir jetzt, weil, kennen wir schon. Haha, ich krieg mich dadurch nicht. Aua. Einfach nur drauf loskloppen. Okay, jetzt würde er, glaub ich, hier genug... Ach, shit. Oh Gott, er kommt da echt nicht hoch. Ich glaub's nicht, Chopper, Mann. Scheiße. Okay, was hat er denn überhaupt noch für Fähigkeiten? Er hat Check. Nachschub. Okay, nee, das ist mit Dings. Anfall. Hospital. Infusion ist das. Okay. Chirurgpraktik ist auch ein neuer Move. Anästhesie. Ich glaube, er hat dann halt die ganzen... Gesundheit. Nachschub. Notfall. Notfall. Okay. Ja, er hat die ganzen Moves halt dann in seiner nicht kleinen Form. Hier muss ich aufpassen. Ja, lassen wir das mal. Ist mir zu risky gerade. Chopper hat zu wenig Leben. Och Gott. Ah. Ah, ich hab richtig Schiss als Chopper gerade. Aber ich bin klein genug, dass sie mich nicht mit ihren... Dinger... Ah! Aber damit kriegen sie mich. Aber. Mann, ihr nervt wie Sau. Lasst Chopper seine Arbeit machen. Er ist Arzt. Er weiß, was gut ist. Ist... Das da. Ist sehr gesund. Okay, stirb. Oh, Mann. Ich hoffe, dem reicht das Geld jetzt wenigstens, dass er es nachher freistellt. Aber er kriegt ja noch die Truhe. Die muss er holen. Wenn er jetzt stirbt, muss Zorro übernehmen und Chopper muss wieder rein. Sobald wir beim Dings sind. Ich muss aber gucken, wo ich überhaupt hin muss. Jetzt muss ich ganz genau darauf achten, ob es irgendwo niedrige Durchgänge gibt für Chopper. Das heißt, ich glaube schon, dass das zwei Teile werden zum Durchwaschen. Nicht für Buggy nur einer. Ich glaube, ich kann da... Ah! Ah, der kann nicht mal so weit... Okay, doch. Ah, den hat er. Ah, das war jetzt richtig dumm. Chopper hat so gut wie kein Leben hier. Was war das für Geräusch? Was war das für Geräusch? Ach, das sind die Dinger da. Okay. Ja, wir kommen direkt unten drunter wieder raus. Und dann können wir in die Richtung. Und haben hier auch nur einen Gang. Ich hoffe, das ist was Nettes. Also, es sieht schon mal sehr nett aus. Ja, es sieht super nett aus. Genau, was ich gewollt habe. Mein Leben ist fast wieder voll, weil Chopper einfach so lächerlich wenig Leben hat. So. Hui. Okay. Ja, wir machen auf jeden Fall... Wir machen, glaube ich, schon die zwei... Ah! Die zwei Sessions irgendwie jetzt durch. Ich versuche es jedenfalls. Ich glaube, wir sollten erst unten lang. Da hat es ein normales... Oh. Okay. Oh. Nope. Ja, nope. Ja. Okay. Ich lasse euch mich hier nicht verarschen. Ich habe schon genug Leben für Chopper verloren. Der muss jetzt hier wirklich mal beweisen. Der ist hier auf dem Level, wo er sich noch freut, wenn er Gedazue besiegt. Und oder Mr. Fawn. So, mittlerweile nach dem Zwei-Jahres-Pausen-Ding macht er natürlich alles platt, aber da ist er halt noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wo ich zuerst lang sollte. Oh Gott. Das war risikoreich. Oh Gott, da hat es schon wieder... Ah. Ach, du kommst eh nicht an mich ran. Du schwingst das Ding zu hoch, du Depp. So, zermatscht. Okay. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich kriege Kollaps hier. Oder ist das der Weg, den ich auch hätte nehmen können? Ja, das ist der. Okay. Ich weiß nicht, ob das hoch genug ist. Ah. Au. God damn it. Peinlich. Okay, und hier ist das Stachel-Ding? Ja. Jetzt nehmen wir das damit. Keine Ahnung. Ich brauche nicht. Ich mache einfach irgendwas. Ich bin eh schon schlecht genug. Ich blamiere mich hier total. Ah, noch eins. Ah. Nop. Nö. 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 So. Auf genug mit dem Schälen zugeschlagen. Toll. Danke. Wo lang jetzt? Hier lang? Geh mal hier lang. Wah! Achso, hier können wir ja gar nicht... Ah doch, ich könnte mir schon was tun, sobald ihr aufhört zu schwingen. Aber bei Chopper ist der Einzige, bei dem das Schwingen nix bringt. Alle anderen kriegen bei mir immer auf die Fresse da. Ah, ich brauche Heilung, Mann. Schon wieder. Chopper hat einfach viel zu wenig Leben noch. Ah, drei Wege. Wo komme ich her? War das der hier? Ah, na. Gut, dass ich nicht verwirrt bin. Okay, ja, hier komme ich her. Das wird doch ein langer... Das wird so ein... Das werden zwei lange Parts. Ne, wird schon irgendwie gehen. Ich habe immer noch keinen Durchgang gefunden. Da ist ein Durchgang. So, hier sind zwei Türen, die wir noch nicht gesehen haben. Eine hat... Oh, der Ballon war zu hoch für Chopper. Eine hat nur Ballons und die andere führt mich irgendwo anders hin, wo ich auch noch nicht war. Und dann führt die mich hier hin. Ah! Ah, vielleicht ist es nur eine Abkürzung. Geh kaputt, schnell, bevor einer rauskommt. Das ist bestimmt nur eine Abkürzung. Ja, ja, ja. Hier sind Raffi und Zorro. Oh. Die kamen einfach von hinten. Oh, oh. Haha. Wieso kommt jetzt hier keiner raus und hilft mir? Ich bin der arme kleinen Chopper. Na gut, okay. Ich hoffe, wir finden... Okay, hier waren wir jetzt gerade durchgelaufen, ne? Warte, ich kann hier kurz gucken, weil hier waren ja die Münzen. Äh, Ballons. Okay. Erst habe ich es richtig gesagt, dann habe ich es doch falsch gesagt. So, und dann könnten wir auch hier durch. Und das ist der eigentliche Weg. Und dann kommen wir hier oben raus. Da, fuck. Laufen wir gerade zurück? Ja, wir laufen zurück. Scheiße. Okay. Das heißt, ja, es gibt... Es ist nur eine Abkürzung. Beziehungsweise ein anderer Weg, wo ich zwei Gegner nicht töten muss, aber dafür hier auch nichts kriege. Was ich jetzt auch wieder nicht tue. Stimmt, weil ich noch keine Spezialfähigkeit habe. Und die mir nichts anderes geben können, als die Spezialfähigkeitspunkte. Okay, Chopper, weiter geht's. Auch wenn du nicht mehr lange machst. Ach, du bist ein Axtwerfer. Eigentlich ist es echt einfach. Also, man wirft sie auf den Boden und dann springt man ihnen auf den Kopf rum. Das ist fucking easy. Sadele. Und hier ist noch was. Und das ist... Ein paar Münzen. Äh. Da. Okay. Kann ich nicht mal nehmen. Sehr gut. So. Haben wir irgendwo was, wo Chopper wirklich nützlich ist? Bis jetzt geht hier ja noch nichts. Oh. Danke. Okay. Oh, Geld. Okay. Aber Chopper kriegt langsam seine Kode zusammen. Aber sehr langsam. Bis jetzt bringt er mir noch gar nichts. Ich sollte mal langsam die Dings ausprobieren. Äh. Die Special-Dinger. Und ja. Ich habe auch noch seine Fähigkeit nicht. Ähm. Den Einheitsmodus will ich ausprobieren. Ich meine nicht damit. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich jetzt schon war und wo nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich diese scheiß Schatzruhe hier noch finde. Aber ich habe die, glaube ich, schon mal gesehen. Es könnte aber auch eine normale Kiste gewesen sein. Das ist ja blöd. Geld, Geld, Geld. Geld, Geld, Geld. Und wir sind zurück. Äh. Ich hoffe. Ich hoffe. Das ist für euch erträglich, was ich hier tue. Ich weiß selber nicht, was ich hier tue. Ich weiß nicht mehr, ob ich hier schon baue. Wo laufe ich hin? Da komme ich. Da will ich nicht durch. Ich muss warten, bis die Dinge runtergehen. Jetzt. Okay. Was ist das denn? Okay. Ich glaube, das war eine Abkürzung. Ich glaube, das hier hat mich genau an den Bomben vorbeigeführt. Äh. Ich hoffe, jetzt habe ich noch nichts verpasst. Ich weiß nicht, ob ich alle Türen genommen habe. Ich bin so fucking confused in diesem Level. Eins. Zwei. Oh, oh. Au. Sobald das nächste Spawn-Teil kommt, setze ich mal den Einheitsmodus ein. Im vierten Level werde ich auch nochmal Chopper benutzen wollen. Damit ich seine Spezialfähigkeit noch ein bisschen formen kann. Moment. Okay. Perfekt. Ich kann da durchlaufen. Ich wollte es jetzt einfach riskieren. Okay. Ah, da kommt die Faust raus. Und ich werde zum, ich wollte gerade sagen, zum Pferd. Ich werde zum Rentier, wenn ich renne. Aber ich habe trotzdem nur den normalen, ja. Bats. Auf die. Au. Okay, nichts passiert. Dann haben wir noch das hier. Oh. Und nach oben schlagen. Okay. Und jetzt haben wir, glaube ich, schon vorerst alles gesehen. Habe ich jetzt überhaupt alle Türen betreten? Warte mal. Oh. Ja, jetzt kann er auch schwer tragen. Seht ihr? Ah. Hammer dich. Scheiße. Ich bin der große Chopper. Okay. Jetzt bin ich der kleine Chopper. Jetzt kann ich es mitnehmen. Haha, wie dumm. Moment. Moment. Wir laufen da jetzt durch. Chopper kann nichts farmen. Ähm. Und wir brauchen jetzt nicht zurücklaufen zu den anderen. Wir können das jetzt direkt abgeben. Ich glaube, wir können auf... Oh. Ah. Ich will jetzt nicht riskieren, noch mehr Leben zu verlieren. Au. Und schon ist es passiert. Weg da jetzt. Au. Oh, fuck. Jetzt kann ich die auch killen. Aua. Jetzt bringt es wenigstens was. Aber mit Chopper wurde es langsam... Au. Ein bisschen einseitig. Und es hat auch nichts gebracht, die zu killen. Aber Zorro kann wenigstens noch ein bisschen sein Level jetzt hochführen, nachdem er es für Chopper auch gerade ausgeben musste. Ich hoffe, Chopper kriegt jetzt trotzdem seine Spezialfähigkeit. Alter. Das ist One-Hit damit. Alter. Das ist einfach nur ein Angriff. Und der Typ ist ein relativ dicker Typ. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Leben. So. Aber dafür haben wir es jetzt geschafft. Und können den End-Boss-Fight machen. Auch wenn wir jetzt bei 20 Minuten sind. Und ich glaube, der... Also, den Mittel-Boss. Den Mini-Boss. Ich glaube, der Boss-Fight gegen Captain Black dauert noch länger. Deswegen packen wir den schnelleren Boss-Fight gegen die Brüder Mounds jetzt gleich noch hier rein. Auch wenn die Zeit etwas höher ist als geplant. Okay. Leider hat jetzt Zorro mehr Geld bekommen als Chopper. So war es nicht geplant. Aber ich hoffe, der Chopper kriegt trotzdem seine Spezialfähigkeit. Ah, er kriegt Ballon-Bonus noch. Hoffentlich reicht es damit auf 100.000. Jawohl. Jawohl. Jetzt muss er die Fähigkeit ja bekommen, oder? Perfekt. Okay. Choppers Fähigkeit ist der Rumbleball, oder? Ja. Rumbleball, Allheilmittel und Erholung. Schauen wir uns demnächst an. Soweit ich weiß... Sehr gut. Soweit ich weiß, kann Chopper mit der einen von den Fähigkeiten... Also, Rumbleball ist das, was er farmen kann. Und, ähm, das andere... Also, Allheilmittel... Ich glaube, das ist was zum Zuwerfen, wenn ich mich nicht irre. Oder eins von beiden ist eins zum Zuwerfen. Und das andere ist, wenn einer besiegt ist am Ende des Levels, steht er normal nicht wieder auf. Wir hatten noch keinen, der richtig besiegt war, denn Zorro hat die meistens gerettet. Oder Ruffy hat die ins Wasserfall gerettet, denn ins Wasserfall ist auch ein Instant Death. Das ist richtig hart. Ähm, ich glaube, Chopper belebt die dann wieder. Also, sonst sind sie nämlich für den Rest des Gebiets, äh, für den Rest der Arena, sind die dann tot. Das ist... Das Spiel ist eigentlich echt nicht so verzeihend. Obwohl ich gesagt habe, es sei nicht schwer. Aber das gilt halt nur für die Kämpfe und so. Die sind gerade mit diesem Einheitsmodus halt schon gut machbar. Aber man kann durch andere Arten und Weisen richtig schnell Dauersterben. Okay, das müssen wir ja nicht nochmal lesen. Das kennen wir schon. Ruffy wird da jetzt ganz kurz durchrushen mit seinem Einheitsmodus. Und dann können wir in Gebiet 4 mit Chopper ein bisschen farmen. Und dann können wir auch schon... Na, schade. Au! Und dann können wir auch schon in den... Boss Fight. Okay, Flecky ist schon besiegt. Das ging schnell. Ja, wie gesagt, wir machen dann ganz kurz mit Chopper noch das Level 4. Da müssen wir nicht mal auf was achten. Nicht weg. Okay. So, noch so eine Kombo und dann habe ich den auch. Und... Boom! Und... Boom! Und... Boom! Eigentlich hätten 2 gereicht. So, 30 Sekunden für beide. Erledigt. Easy peasy. Okay. Dann können wir im nächsten Level dann gleich mit Chopper durch Stage 4 rennen. Und dann gehen wir in den absoluten Boss Fight nochmal, den wir ja schon kennen. Und dann können wir im übernächsten Part ins Arlong Level. Das werden mehr als 3 Parts in dieser Session. Da bin ich mit... Ja, das ist ziemlich safe. Weil ich halt die Arlong Level auch noch reinmachen will. Damit ich in der nächsten Session in die neue Arena starten kann. Mit euch zusammen. Okay. Chopper hat auch gleich mentale Steigerungen bekommen. Sehr gut. Dann wird es sich jetzt lohnen, den zu benutzen. Aber für diesen Part war es das. Wir sehen uns dann beim nächsten... No, never mind. Wir haben... Ah! Ruffy hat Bellamy überholt. Außer Chopper sind jetzt gerade alle drauf. Aber der kommt noch. Der kommt noch. Den werden wir noch ein paar Mal spielen dürfen. So. Ruffy ist Platz 2. Fehlt nur noch Crocodile. Ja, ich habe es verstanden. Aber das war es für diesen Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dann. Ciao.